Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen kleinen Rückblick auf den Keilberg 2020. Und ich war dort sowohl zum Skifahren, zum Mountainbiken, mit dem Rennrad und auch läuferisch. Und mit 1244 Metern ist der Keilberg die höchste Erhebung im Erzgebirge. Doch seht doch am besten selbst, welche Eindrücke ich dort sammeln konnte. Wer einmal den Keilberg in seiner vollen Pracht erleben möchte, kann dies am besten wie hier am Fechelberg tun. Der Keilberg ist zusammen mit dem Fechelberg die bedeutendste Wintersportregion im Erzgebirge. Vom Gipfel des Keilbergs kann man herrliche Ausblicke auf den Bläsberg und den Plattenberg genießen. Und auch vom Turm hat man herrliche Weitblicke. Untertitelung im Erzgebirge Auch Mountainbiker kommen auf den Keilberg nicht zu kurz. Im Trailpark können sowohl Familien als auch Profis in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ihr Können unter Beweis stellen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020